Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Ich persönlich habe ja schon einen heißen Kandidaten für das Wort des Jahres 2019. Meiner Meinung nach wird es nämlich der Begriff die letzte Meile. Und um diese letzte Meile dreht es sich auch hier an diesem Stand. Herr Dr. Kruse, was machen Sie mit der letzten Meile? Wie helfen Sie Ihren Kunden? Also grundsätzlich sind wir dabei, die letzte Meile. Und da mag ich noch zu differenzieren zwischen dem Wort Meile und dem Meter. Wir gehen wirklich mit den Metern an die Tür. Wir haben ein Logistikkonzept, komplett ganzheitlich, bestehend aus einem Microhub, den Sie in der Stadt zentral positionieren. Das ist dieser kleine Container. Das ist der Container, genau. Und aus diesem Microhub können Sie neun Boxen entnehmen, die Sie bereits vorsortiert haben außerhalb der Stadt. Sodass Sie in der Stadt schon fertig konfektioniert für einen Straßenzug oder für ein Bürogebäude eine komplette Ladung haben. Die Box spricht mit der Cloud, mit dem Smartphone. Da heißt der Fahrer weiß, was hat er drin, was muss er liefern und ab geht die Post. Und Fahrzeug ist kein Kleinlaster mehr, der alle Parkplätze versperrt, sondern dieses urkige Fahrrad? Absolut. Das ist ein Fahrzeug, was praktisch aufgrund der Wendigkeit klare Vorteile gegenüber einem Kleinlaster hat. Und keinen Führerschein braucht, keinerlei Zulassung. Ist ein Fahrrad, ein Pedelec, elektrisch unterstützt. Damit sind Sie völlig autark von dem reinen Muskelthema, sondern werden sehr sauber unterstützt. Sie können auf der Stelle drehen und können damit praktisch sehr eng an die Türen fahren. Und da ist die Effizienzsteigerung. Sie haben nicht mehr dieses Tragen von der Straße, zweite Reihe parken, dann praktisch ausladen, auf die Sackkarre, hin zum Haus, das Ganze wieder zurück. Das fällt hier alles weg. Sie fahren bis vor die Tür, werfen direkt ein, geben ab, erledigt. Tolle Sache, vielen Dank. Danke auch.